Das Konsumbrot feiert sein Comeback. Eine Landbäckerei bietet jetzt das traditionelle Mischbrot aus der DDR mit alter Rezeptur wieder an. Im Konsum ging früher die DDR-Bevölkerung einkaufen und versorgte sich mit Lebensmitteln. Umgangssprachlich wurde der Begriff Konsum dann nach der Wende für die kleinen Kioske in der Stadt verwendet. Das Konsumbrot bringt jetzt ein Stück deutsche Zeitgeschichte wieder in die Gegenwart. Darum tanzt das Brot, bis sich alles um euch dreht, damit keiner von euch merkt, dass das Brot nach Hause geht.